Hallo, in diesem Video sehen wir uns die Fragen Wo und Wohin und einige Orte an. Zuerst die Orte. Oben, mir, Süden, links, dort, Boden und unten. Setzen wir ein. Wo, oben, wohin, nach oben. Wo, bei mir, wohin, zu mir. Wo, im Süden, wohin, in den Süden. Wo, links, wohin, nach links. Wo, dort, wohin, dorthin. Achtung, hier sagt man nicht nach oder ähnliches. Wo, auf dem Boden, wohin, auf den Boden. Wo, unten, wohin, nach unten. Und jetzt noch einmal eine Wiederholung. Links steht wo, rechts, wohin. Oben, nach oben. Bei mir, zu dir. Im Süden, in den Süden. Links, nach links. Dort, dorthin. Auf dem Boden, auf den Boden. Unten, nach unten. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen und geholfen hat. Wenn das so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann, tschüss und jetzt die Wiederholung. Bis dann, weiter. Bis dann, tschüss. Yiptor, ins Land nöte aber nicht mehr. Tessen. Absolut, premien. Wir schauen, jetzt mal von uns, Wenn das выш apart, In Bremsk nderung und är mir. Bis dann, sagt noch mal, wir spielen. Was completamente gestellt hat. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Wo im Kosovo? Wohin in den Kosovo? Wo auf den Philippinen? Wohin auf die Philippinen? Wo in Rumänien? Wohin nach Rumänien? Wo in Eritrea? Wohin nach Eritrea? Wo in Kamerun? Wohin nach Kamerun? Wo in der Slowakei? Wohin in die Slowakei? Und jetzt noch einmal. In Syrien? In Syrien? Nach Syrien. Im Kosovo? In den Kosovo. Auf den Philippinen? Auf die Philippinen. In Rumänien? Nach Rumänien. In Eritrea? Nach Eritrea. In Kamerun? Nach Kamerun. In der Slowakei? In die Slowakei. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Tschüss und jetzt die Wiederholung. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Hallo. In diesem Video sehen wir uns die Frage Wo und wohin genauer an. Zuerst die Nomen. Das Zimmer, die Küche, das Geschäft, die Terrasse, die Bank und die Bank und die Schule. Setzen wir ein. Manchmal gibt es mehrere Möglichkeiten. Wo im Zimmer. Wohin ins Zimmer. Wo in der Küche. Wohin in die Küche. Wo im Geschäft. Wohin ins Geschäft. Wo auf der Terrasse. Wohin auf die Terrasse. Wo in oder auf der Bank. Wohin in, auf, die oder zur Bank. Wo auf der Bank. Also der Sitzbank. Also der Sitzbank. Und wohin auf die Bank. Also auf die Sitzbank. Wo in der Schule. Wohin in die Schule oder zur Schule. Und jetzt noch einmal. Links steht Dativ. Wo und rechts Akkusativ. Wohin. Aber Achtung. Aber Achtung. Nicht immer. Im Zimmer. Ins Zimmer. In der Küche. In die Küche. Im Geschäft. Ins Geschäft. Auf der Terrasse. Auf die Terrasse. In oder auf der Bank. In oder auf die Bank. Beziehungsweise zur Bank. Auf der Bank. Auf die Bank. In der Schule. In die Schule oder zur Schule. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Tschüss. Und jetzt die Wiederholung. Tschüss. 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 Hallo. In diesem Video sehen wir uns die Fragen wo und wohin an. Zuerst die Nomen. Tal, Wüste, Strand, Weg, Station, Hause, Kaffee. Setzen wir ein. Links steht wo, rechts wohin. Wo im Tal. Wohin ins Tal. Wo in der Wüste. Wo in der Wüste. Wohin in die Wüste. Wo am Strand. Wohin an den Strand. Wo auf dem Weg. Wohin auf den Weg. Wo in der Wüste. Wo in der Wüste. Wohin in die Station. Wo zu Hause. Wohin nach Hause. Wo im Café. Wohin ins Café. Und jetzt noch einmal. Links steht wo, rechts wohin. Im Tal, ins Tal. In der Wüste, in die Wüste. Am Strand, an den Strand. Auf dem Weg, auf den Weg. In der Station, in die Station. Zu Hause, nach Hause. Im Café, ins Café. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen und geholfen hat. Wenn das so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao und jetzt die Wiederholung. Ciao und jetzt die Wiederholung. Ciao und jetzt die Wiederholung. Hallo, in diesem Video sehen wir uns die Fragen wo und wohin genauer an. Auf der linken Seite seht ihr wo, das steht meistens im Dativ und rechts wohin, das steht oft im Akkusativ. Aber Achtung, bei Ländern ist alles ein bisschen anders. Wo in den USA, wohin in den USA, wohin in die USA, wohin in Italien, wohin nach Italien. Wo in Peru, wohin in Peru, wohin nach Estland, wohin in Peru, wohin in Estland, wohin in der Schweiz, wohin in die Schweiz. Und jetzt noch einmal. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen und geholfen hat. Wenn das so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Und es wäre schön, wenn ihr Mitglied auf dem Kanal würdet. Und jetzt die Wiederholung. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Auf der linken Seite steht wo. Auf der rechten Seite steht wohin. Berg, Stadt, Laden, Museum, Park, See. Das ist der See. Und am Ende See, die See. Also das Meer. Also das Meer. Wo im Museum. wohin? Und jetzt noch einmal. Und jetzt noch einmal. Und jetzt noch einmal. Auf der rechten Seite zie ich mich. Ich bin jetzt auch. Ich bin jetzt. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Zuerst sehen wir einige Nomen. Meer, Haus, Bar, Platz, Hof und Balkon. Und jetzt setzen wir die Präpositionen und Artikel ein. Wohin in die Bar? Wohin an die Theke? Wohin auf den Platz? Wohin in den Hof? Wohin? Auf dem Balkon? Auf den Balkon? Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Und jetzt die Wiederholung. Danke. Ciao. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Auf der linken Seite steht wo, auf der rechten wohin. Fangen wir an. Wohin? Ins oder zum Auto. Wo am Ausgang. Wohin? An den Ausgang oder zum Ausgang. Wo im Stadion. Wohin? Wohin? Ins Stadion. Ins Stadion. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Und jetzt die Wiederholung. Bis dann. Wohin? 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Hallo, in diesem Video sehen wir uns die Fragen Wo und Wohin und einige Orte an. Zuerst die Orte. Oben, mir, Süden, links, dort, Boden und unten. Setzen wir ein. Wo, oben, wohin, nach oben. Wo, bei mir, wohin, zu mir. Wo, im Süden, wohin, in den Süden. Wo, links, wohin, nach links. Wo, dort, wohin, dorthin. Achtung, hier sagt man nicht nach oder ähnliches. Wo, auf dem Boden, wohin, auf den Boden. Wo, unten, wohin, nach unten. Und jetzt noch einmal eine Wiederholung. Links steht wo, rechts, wohin. Oben, nach oben. Bei mir, zu dir. Im Süden, in den Süden. Links, nach links. Dort, dorthin. Auf dem Boden, auf den Boden. Unten, nach unten. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen und geholfen hat. Wenn das so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Tschüss. Und jetzt die Wiederholung. 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 Hallo. In diesem Video sehen wir uns die Fragen Wo und Wohin an und einige Länder. Zuerst die Länder. Syrien, Kosovo, Philippinen, Rumänien, Eritrea, Kamerun und Slowakei. Fangen wir an. Wo in Syrien. Wohin nach Syrien. Wo im Kosovo. Wohin in den Kosovo. Wo auf den Philippinen. Wohin auf die Philippinen. Wo in Rumänien. Wohin nach Rumänien. Wo in Eritrea. Wohin nach Eritrea. Wo in Kamerun. Wohin nach Kamerun. Wo in der Slowakei. Wohin in die Slowakei. Und jetzt noch einmal. In Syrien. Nach Syrien. Im Kosovo. In den Kosovo. Auf den Philippinen. Auf die Philippinen. In Rumänien. Nach Rumänien. In Eritrea. Nach Eritrea. In Kamerun. Nach Kamerun. In der Slowakei. In die Slowakei. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Tschüss. Und jetzt die Wiederholung. In der Slowakei. In der Slowakei. In der Slowakei. In der Slowakei. Hallo. In diesem Video sehen wir uns die Frage wo und wohin genauer an. Zuerst die Nomen. Das Zimmer. Die Küche. Das Geschäft. Die Terrasse. Die Bank. Und die Bank. Und die Schule. Setzen wir ein. Manchmal gibt es mehrere Möglichkeiten. Wo im Zimmer. Wohin ins Zimmer. Wo in der Küche. Wohin in die Küche. Wo im Geschäft. Wohin ins Geschäft. Wo auf der Terrasse. Wohin auf die Terrasse. Wo in oder auf der Bank. Wohin in, auf die oder zur Bank. Wo auf der Bank. Also der Sitzbank. Und wohin auf die Bank. Also auf die Sitzbank. Wo in der Schule. Wohin in die Schule. Oder zur Schule. Und jetzt noch einmal. Links steht Dativ. Wo und rechts Akkusativ. Wohin. Aber Achtung. Nicht immer. Im Zimmer. Ins Zimmer. In der Küche. In die Küche. Im Geschäft. Ins Geschäft. Auf der Terrasse. Auf die Terrasse. In oder auf der Bank. In oder auf die Bank. Beziehungsweise zur Bank. Auf der Bank. Auf die Bank. In der Schule. In die Schule. Oder zur Schule. Ich hoffe das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Tschüss. Und jetzt die Wiederholung. 율isbatt. In das Video. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank. Vielen Dank. Hallo, in diesem Video stellen wir uns die Frage, wo oder wohin? Zuerst sehen wir einige Nomen. Meer, Haus, Bar, noch einmal Bar, Platz, Hof und Balkon. Und jetzt setzen wir die Präpositionen und Artikel ein. Wo am Meer, wo im Haus, wo in der Bar, wo an der Bar, das ist die Theke. Wo auf dem Platz, wo im Hof, wo auf dem Balkon. Wohin ans Meer, wohin ins oder zum Haus, wohin in die Bar, wohin an die Theke. Wohin auf den Platz, wohin in den Hof, wohin auf den Balkon. Und jetzt noch einmal. Links steht wo, rechts wohin. Am Meer, ans Meer, im Haus, ins oder zum Haus, in der Bar, in die Bar, an der Bar, an die Bar, auf dem Platz, auf den Platz, im Hof, in den Hof, auf dem Balkon, auf den Balkon. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Und jetzt die Wiederholung. Und jetzt die Wiederholung. Und jetzt die Wiederholung. Und jetzt die Wiederholung. Vielen Dank. Hallo, in diesem Video sehen wir uns die beiden Fragen Wo und Wohin genauer an. Auf der linken Seite steht Wo, auf der rechten Seite steht Wohin. Zuerst sehen wir die Nomen. Berg, Stadt, Laden, Museum, Park, See, das ist der See. Und am Ende See, die See, also das Meer. Fangen wir an. Wo auf dem Berg? Wohin auf den Berg? Wo in der Stadt? Wohin in die Stadt? Wo im Laden? Wohin in den Laden? Wo im Museum? Wohin ins Museum? Wo im Park? Wohin in den Park? Wo am See? Wohin an den See? Wo an der See? Wohin an die See? Und jetzt noch einmal. Auf dem Berg? Auf den Berg. In der Stadt? In die Stadt. Im Laden? In den Laden. Im Museum? Ins Museum. Im Park? In den Park. Am See? An den See. An der See? An die See. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen und geholfen hat. Wenn das so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Und jetzt die Wiederholung. Und jetzt die Wiederholung. Und jetzt die Wiederholung. Und jetzt die Wiederholung. Hallo. In diesem Video sehen wir uns die Fragen Wo und Wohin genauer an. Auf der linken Seite seht ihr Wo. Das steht meistens im Dativ. Und rechts Wohin. Das steht oft im Akkusativ. Aber Achtung. Bei Ländern ist alles ein bisschen anders. Wo in Asien. Wohin nach Asien. Wo im Sudan. Wohin in den Sudan. Wohin in den USA. Wohin in die USA. Wo in Italien. Wohin nach Italien. Wo in Peru. Wohin nach Peru. Wo in Estland. Wo in Estland. Wohin nach Estland. Wo in der Schweiz. Wohin in die Schweiz. Und jetzt noch einmal. In Asien nach Asien. Im Sudan in den Sudan. In den USA. In die USA. In Italien. Nach Italien. In Peru. Nach Peru. In Estland. Nach Estland. In der Schweiz. In die Schweiz. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen und geholfen hat. Wenn das so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Und es wäre schön, wenn ihr Mitglied auf dem Kanal würdet. Und jetzt die Wiederholung. In Hamburg. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Links steht Wo, rechts Wohin. Wohin? In die Station. Wo? Zu Hause. Wohin? Nach Hause. Wo? Im Café. Wohin? Ins Café. Und jetzt noch einmal. Links steht Wo, rechts Wohin? Im Tal, ins Tal. In der Wüste, in die Wüste. Am Strand, an den Strand. Auf dem Weg, auf den Weg. In der Station, in die Station. Zu Hause, nach Hause. Im Café, ins Café. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen und geholfen hat. Wenn das so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Und jetzt die Wiederholung. Die, du bist. Und jetzt die, du bist. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Ir. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Wo, oben, wohin, nach oben. Wo, bei mir, wohin, zu mir. Wo, im Süden, wohin, in den Süden. Wo, links, wohin, nach links. Wo, dort, wohin, dorthin. Achtung, hier sagt man nicht nach oder ähnliches. Wo, auf dem Boden, wohin, auf den Boden. Wo, unten, wohin, nach unten. Und jetzt noch einmal eine Wiederholung. Links steht wo, rechts wohin. Oben, nach oben, bei mir, zu dir. Im Süden, in den Süden. Links, nach links. Dort, dorthin. Auf dem Boden, auf den Boden. Unten, nach unten. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen und geholfen hat. Wenn das so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Tschüss. Und jetzt die Wiederholung. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Hallo, in diesem Video sehen wir uns die Fragen Wo und Wohin an und einige Länder. Zuerst die Länder. Syrien, Kosovo, Philippinen, Rumänien, Eritrea, Kamerun und Slowakei. Fangen wir an. Wo in Syrien, wohin nach Syrien. Wo im Kosovo, wohin in den Kosovo. Wo auf den Philippinen, wohin auf die Philippinen. Wo in Rumänien, wohin nach Rumänien. Wo in Eritrea, wohin nach Eritrea. Wo in Kamerun, wohin nach Kamerun. Wo in der Slowakei, wohin in die Slowakei. Und jetzt noch einmal. In Syrien, wohin in Syrien. In Syrien, wohin in Syrien. Gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Tschüss. Und jetzt die Wiederholung. Tschüss. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.